Musik Hier in Delkenheim passiert sehr, sehr viel im Jugendbereich, mehrfach ausgezeichnet im Bereich Jugendförderung. Wir haben uns gefreut, dass wir die Einladung bekommen haben, hier die deutschen Meisterschaften der Mädchen auszuspielen. Und das ist sehr, sehr gut gelaufen. Musik 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 Man merkt, dass die, die hier herkommen, a nicht nur sehr sportlich und sehr ehrgeizig sind, auch der Golfclub. Die ganze Golfanlage lebt diese Meisterschaft und wir sind hier sehr willkommen. Und ich bin mir sicher, die ganzen Zuschauer, die hier am Wochenende waren, haben erstklassiges Golf gesehen. Und ich bin mir sicher, die hier am Wochenende waren. Und ich bin mir sicher, die hier am Wochenende waren. Und ich bin mir sicher, die hier am Wochenende waren. Und ich bin mir sicher, die hier am Wochenende waren. Und ich bin mir sicher, die hier am Wochenende waren. Und ich bin mir sicher, die hier am Wochenende waren. Und ich bin mir sicher, die hier am Wochenende waren.